was geht leute und herzlich willkommen zu einem neuen video mal seit langem wieder mal ein microsoft verstellungs video und ja heute schauen wir uns mal selber minimalia netzwerk an an ps unten in der video beschreibung und ja hier ist jetzt noch mal play punkt minimalia punkt kommt aber wir sind 18 bis 18 ich bin gerade auf der version 1 18 online ja wir schauen direkt rein und schauen mal was selber so zu bieten hat so leute mal direkt hier man muss sich kurz registrieren das habe ich mal übersprungen am passwort festlegen und eventuell noch eine e-mail-adresse festlegen zur sicherheit quasi quasi sicherheit und so genau mal hier und wenn ihr euch registriert habt könnte man kann sich wieder bewegen rechts jetzt mal die lobby 3 also welche man ist ich bin quasi lobby 3 server es gibt survival skyblock prüsen actions kreativ von blog und minigames gibt sky was bei das tut pvp rechts seht ihr nach wie viel spieler online sind wir schauen wir direkt um was haben wir da in der hand einmal wir haben wie es wieder mal so ein kompass wo man nachher zu den verschiedenen modis kommen dann haben wir noch so ein test mit store da gibt es verschiedene kategorien ich gehe mal auf leim zu allem ranks rank upgrades keys kann man so ranks kaufen für echt geld das gibt es gibt so für so war aber okay es gibt schon eine survival skyblock es gibt für jeden was für jeden spiel modi eine eigene kiste wo man nachher was kaufen kannst du ränge oder keys open keys oder so könnte auch mal vorbei konnte auch mal anschauen dann gibt es lobby selector es gibt es drei lobby nicht müssen gerade auf level 3 kann man gleich um sie schießen ist mir darauf geht das wirklich also auch cool gemacht also mit dem bogen kann man irgendwo hinschießen sonst baut man dort und macht eigentlich mich cool ja bezüglich lobby ist es sehr große lobby eigentlich ich weiß zwar nicht ob man jetzt da überall ohne bogen hinkommt schätze ich jetzt fast einmal nicht weil man kann darunter gehen und so dann ist man da unten aber berg darauf glaube ich nicht dass es geht ich habe mich noch nicht ganz umgesehen da aber ich nehme jetzt einmal stark an und dann nirgends drauf glaube ich nur mit dem bogen der der bogen irgendwie unnötig außer man ist ja zu fall dass man die ganzen lobby abgeht er auch versteht genau mit ich mache das jetzt mal genau wir sind jetzt einmal ich hier ja was gibt es denn da alles schönes das ist jetzt eher so war es so ein samurai japan mäßig kann es sein japan mäßig samurai oder so sollte das sein wahrscheinlich sicher wie es ist aber es ist die schönen blumen ich bin man sich die heißen da gibt es in japanischen filmen und so gibt es auch die blüten sind sehr schön eigentlich als ich glaube so kleines dorf soll das sein oder so eine insel und mit seiner samurai und so als er so japanisch aufgebaut mit samurai und so eigentlich auch ziemlich ziemlich cool gemacht habe ich auch noch nie gesehen ehrlich gesagt wirklich nicht da ist trommel wird kampf startet dann wird sehr oft trommel aufgeschlagen macht so ding der kampf an aber jeder weiß was ich meine also lobby mäßig muss sagen ist ziemlich ziemlich cool eigentlich und das letzte ist noch profile also profil hier kann gibt es freundesystem wieder mit slash red jetzt kann man wieder jemanden zu der freundesliste hinzufügen ja zum party modus wieder aber das kennt aber ich jeder gut wir schauen sie mal an also servers gibt es jetzt wie gesagt survival der kam kommt nur mit 17 1 18 rauf affekt ist mit 1 18 1 kommt man darauf prüsen 1 16 5 skyblock 1 17 1 kreativ 1 17 1 bettos gibt es sky was tools kitt pvp und one block one block ist quasi jetzt mal an ist wie skyblock stadt einer island also stadt der verinsel und mit einem blog beziehungsweise nämlich zumal stark an wenn man sich sehen können wir kurz ausprobieren jetzt in starte starteile wie slash isla als island or cooperate with other players warning gesporn und one block alone don't fall genau man ist es fast quasi wie skyblock nur mit einem blog nicht auf einsel damit ein blog der meinte block und der progress in riesen fases also ich muss das block meinen war man dann start der shop xp vom ok kann man xp vom baum oder einen shop starten oder etwas verkaufen mit slash missionen kann man aber es verschiedene versionen starten und machen bekommt man auch geld dafür wäre nummer eins mit slash island top sieht man hat die besten inseln rechts sieht man auch noch kurz den namen wie viel geld gibt quasi 5000 insel habe ich dem fall noch nicht deswegen habe ich bin ich lieber 0 da gibt es wo party werden noch 358 leute roten gibt es quasi wo party ja und ein standardausrüstung also wieder das starter kit gibt es auch ziemlich cool eigentlich damit ein schild und so und wir schauen uns mal um also wir machen jetzt mal die reise ist von blogs radios from the center und mein information checkup ok wir werden einfach slash island machen so wird generiert um als band hier so jetzt ist die frage darf nicht fallen wenn ich jetzt was abbaue ich weiß nicht wie das jetzt gemacht ist ich baue jetzt einfach mal los auf der potinuale 9 mal ab sieht da was ja jetzt habe ich plans ok also ok gut verstehe dieser erste block bzw einzige block haben wir nicht zerstören quasi es wird immer neu generiert in bei erde oder wie es jetzt jetzt bäume oder so wenn das jetzt ab genau so kann ich zum beispiel holz jetzt farmen dann kann ich erze bekommen auch ziemlich cool eigentlich ich hab schon kitz starte auch ihr habt das schon ich wollte einfach mal so blöd herum also sagt sagt der fläche haben zu und hier kann ich quasi verschiedene erze bekommen zum beispiel zu eisenerz oder eisenerz beziehungsweise roheisen heißt es auf deutsch wieder holz mit der stein und das geht immer so weiter also das endet nie dann noch mal so spinne genau und mobs bauen natürlich auch und oben setze nach haupt gerade saliste gesehen der new skill wenn man nach level up wird und neue skills und so scharf es ist ziemlich cool eigentlich und 1 ich sollte weiter mehr fläche bauen damit das nicht passiert genau ich war ich wollte nur kurz reinschauen damit ich mal weiß wie das funktioniert so funktioniert dass ich kann es gerne mal selbst ausprobieren ist ähnlich wie sky wie gesagt englisch wie skyblock nur mit einem block das heißt sehr wohnblock und ja genau wir gehen wir zurück zur lobby und wir schauen mal weiter was hier noch alles gibt zur wahl bräuchte habe ich nicht erklärt gibt es auch drei survival sobald aqua lime und red weil glaube ich nichts erklären da gibt es factions aber ich glaube ich auch nichts erklären muss man eigentlich nur eine basis bauen eine fraktion gründen prüsen take up the chance and escape the prison okay das kenne ich ich kenne es quasi schon aber jetzt nicht selber gespielt was wie so ähnlich wie fängnis ausbruch auf deutsch jetzt gesagt ob man so muss ausbrechen der block standard skyblock kennt auch jeder kreativ ist kreativ sagt der name schon aber ein programm gerade ausprobiert das kit bwb ich glaube ich auch nicht erklären du es ist quasi 1 1 1 mit verschiedenen ranks und so 1 1 1 1 und 2 versus 2 gibt steht da ok da gibt es gab es gab es 1 12 2 also die ältere version von sky was gibt es auch um bett was gibt es auch noch wir können so kurz prüsen anschauen leute wenn ihr wollt prüsen 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 da habe ich auch wieder als die standard ausrüstung zack 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 wenn wir eine schlangen wir kommen zu prüsen enjoy your stay ok also sie war gerade in gefängnis damit zu mal und müssen wir ausbrechen oder gibt es noch verschiedene kreis also kreis ist dem man kann kaufen beziehungsweise wurde kreis bekommt noch immer boot was genau meins auch kreis ohne pvp in scharzen wo es gibt es herr abblick öffentlich infog ab ich gehe mal da rein das ist öffentlich eine ahnung was das heißt sell all monster right click to sell kann man die auch umbringen auch und man da bekommt man ep und sachen dass wir xp farm gut farming ok kann man wahrscheinlich jetzt level umgebracht level was gibt es denn dann noch so einer kann man um oder kann man runter gehen sogar damals johann mal an das ist ja wasser sagt irgendwas oder nein das war sehr unnötig dass er und kann auch bin gut wie gesagt müssen habe ich erst selber noch nie gespielt ich kenne ein bisschen prüsen also haben verschiedene server nach schon aber wie das genau funktioniert weiß ich nicht da irgendwas ich auch nicht nehme ich mal an ok so leute ich habe jetzt so eine große mine gefunden da kann ich so verschiedene erze beziehungsweise steine aus abbauen die keiner quasi hier verkaufen jetzt stecke ich auch schon langsame sind dahinter und beide mob farming vorhin ist dasselbe gewesen ich habe mobs töten können und dann weil mit richtig rechtsklick auf dem schild verkaufen können die items was daraus kommen ist mit den diesen items bekommen hat geldrecht cc money habe jetzt gerade 2,47 k durch 4,27 k so kann man quasi viel geld machen mit dem geld kann man nachher irgendwas kaufen etc jetzt stecke ich schon langsam also wie gesagt jetzt selber noch nie gespielt heißt wichtig ist auf mal braucht sehr viel sehr viel geld dann gibt es wahrscheinlich irgendwo ein store da muss ich mir noch schauen wo das zirka ist kann man das store eingeben dann gibt es nicht slash wops meins wo public spawn wo pvp wo platz ok ob krates wo platz zu platz ok ok das ist quasi verbunden mit city bild quasi das heißt da kann ich noch meinen eigenen pilot bauen aha ist auch ziemlich interessant er mit dem pilot kann ich nachher farmen beziehungsweise farmen oder geld farmen dann sachen kaufen der schwupps jetzt nach wo man überall hinkommt meins gibt zwischen meiner man kann auch verschiedene meine also mein einschalten ich bin gerade mein a rank up war lockt das mein kann man wie anglisten mäßig next rang sp als check ist ok rechts jetzt nach rank up ich bin gerade ja rang a und dafür brauche ich 40k dann kann ich quasi zu rang b wechseln so geht es immer weiter ok ist ziemlich cool gemacht ein cooles system eigentlich also ist es ziemlich ziemlich wichtig dass farmen ihr brüssen ja gut ja das war mal prüssen wie gesagt wer kennt die wahrscheinlich kennt ihr brüssen besser sehe ich also wie gesagt ich habe das noch nie wirklich selber gespielt aber falls ich das vergessen habe oder was falsch verstanden habe einfach bitte und eine video beschreibung reinschreiben kommentaren zu eure kommentare reinschreiben damit ich auch bescheid weiß und falls sie wollte kann ich selber mal so ein paar videos dazu bringen an prüssen und ja ich schaue noch mal nochmal lobby zurück ob ich noch irgendwas erklären kann aber ich schätze mal nicht weil so war ich bei euch nichts erklären wo bekam ich schon erklärt gibt auch nicht erklären tools auch nicht erklären skybox nicht bei etwas kreativ nicht erklären skyblock auch nicht wissen habe ich gerade halbwegs erklärt wahrscheinlich geht sie das eh besser als ich fraktions glaube ich auch nicht erklären genau das war es einmal der server wie gesagt unten ist der unten die überschreibung ccdip einfach mal rein kopieren selber adresse hinzufügen mal drauf spielen ist jetzt auch sie bald paar leute online insgesamt dauert 1063 lobby zwei aber nur jetzt hier mal zum beispiel sagt lobby selekt 16 players an ein insgesamt und jetzt ist doch die gesamtsumme 1061 spieler sind gerade online also ein paar spiele sind das schon und ich kann es gerne mal selber aufspielen doch einmal das war's mit dem video dank fürs zu sehen lässt einmal leichter und kostenlosen abo und schreibt es mir kleinen kommentar bitte gut das war's einmal haut rein den tag noch ciao 1 1 1 2 3 5